Hallo Friends und Willkommen zum 33. Part der Not-So-Berry-Challenge. Ja, der letzte Part war sehr abwechslungsreich. Oh, jetzt zuckt meine Nase hier du... Wir haben, glaube ich, das Erntefest zelebriert und das bei unserer Familie, also bei Min's Eltern und Min's Cousin Daniel. Nee, Daniel. Ja, egal. Auf jeden Fall war es wie immer sehr durchwachsen bei Min's Eltern. Wir kommen immer wieder an diese Grenzen von... Ja, da sind dann so ein paar Differenzen und so weiter und so fort. Aber anscheinend gibt es auch Differenzen. Also wir wussten schon immer, dass es auch Differenzen zwischen Min's Eltern gibt. Aber jetzt anscheinend noch größere. Denn wir haben durch Zufall erfahren, dass, ja, der Vater von Min eine Affäre hat. Und das ist natürlich eine schwierige Situation für Min, da sie ja entweder für Wahrheit schaffen kann oder auch sich da raushalten kann. Aber dann im Endeffekt ist es schwierig, da richtig zu handeln. Wir haben es auch nur erfahren, weil wir immer gesehen haben, wie der Vater immer so heimlich und für längere Zeit am Computer saß und dann haben wir uns mal da ein bisschen, ne, reingefuchst. Aber wir starten jetzt einfach mal weiter und hoffen, dass Min sich richtig entscheidet, wie sie handelt und es nicht noch zu mehr Strapazen führt. So, wir sind zurück. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir, ja, das Haus wieder verlassen haben von den Eltern. Aber jetzt sind wir wieder hier und jetzt stellt sich wieder die Frage, was tun wir zuerst? Denn ich habe da so eine kleine Vision, die ich euch gerne mitteilen würde. Und zwar leben wir hier in einem Haus, das vielleicht ein bisschen leer ist, nur für zwei Personen. Und falls wir jetzt merken, dass Mint und Becker wirklich noch mehr sich, ähm, ja, annähern, sag ich mal. Ich lasse es mal eben hier nebenbei weiterlaufen. Ähm, dann können wir auch irgendwann Becker fragen, ob sie bei uns einziehen möchte. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? In Gedanken verloren vom Denker sein. Denker verbringen viel Zeit in Gedanken und Ideen. Angst vor dem Ertrinken, von Selbstentdeckung, Mint hat etwas Neues über sich entdeckt. Ich bin kreativ von Selbstentdeckung, Mint hat etwas Neues über sich entdeckt. Wie friedlich und entspannt vom Introvertiert sein. Mint genießt es ganz allein oder in einer friedlichen Umgebung zu sein. Zu viel Denken vom Introvertiert sein. Es ist spät, ich sollte schlafen vom Richter sein. Was ist denn jetzt hier los? Also, Mint ist von sehr vielen, äh, Gedanken geplagt. Und das kann man wieder darauf, ähm, ja, hinführen, dass sie viel darüber nachdenkt, was sie jetzt mit ihren Eltern anfangen soll. Weil sie natürlich auch nicht möchte, dass die beiden sich trennen, weil es sind immer noch ihre Eltern. Aber sie weiß nicht so genau, was sie jetzt machen soll. Deswegen, genau, denkt sie so viel. Ich hoffe, dass Ruben jetzt mal endlich anfängt von, was? Angst vor Duschen? Ich will nicht wirklich darüber reden. Zwing mich nur nicht zum Duschen. Oh mein Gott. Okay. Okay, alles klar. Das, muss ich sagen, verstehe ich noch nicht so. Also, wo man jetzt genau sieht, wie viel er von irgendwas hat. Also, so wie ich das jetzt hier sehe, hat er noch richtig wenig von den ganzen Sachen. Was mich komischerweise sehr wundert. Aber ich glaube, das wird heute eine längere Nacht. Ich glaube, das müssen wir echt mit ihm jetzt mal machen. Er will jetzt ein bisschen Spaß haben. Das lassen wir ihm jetzt auch mal sein. Also, Spaß haben. Was auch immer. Aber Mint kann vielleicht mal noch so ein bisschen was kochen für die beiden. Verdorbenes Essen aussortieren. Sema, Ben, Benner, Benergy. Du kannst gerne vorbeikommen, aber wer auch immer du bist. Alles klar. Ey, sie lässt sich das ja auch nicht zweimal sagen, ne? Mint, warum trägst du eigentlich immer noch deine Anziehklamotten? Man weiß es nicht. Zieh das mal. Super. Nee, du solltest jetzt gar keinen Kuchen essen, weil dein Sohn braucht auch später was zu essen. Und wir haben ehrlich gesagt keine Lust, dass er einen Zuckerschock erleidet. Deswegen, ähm, Wassermelonsalat. Das klingt doch wohl herrlich. Aber seit wann ist Mint introvertiert? Also, ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass das stimmt. Also, ich glaube, das ist irgendein Fehler, weil eigentlich ist sie überhaupt nicht introvertiert. Sie ist auch kein Senior. Okay, irgendwas spinnt hier, aber egal. Wenn Mint zu Ende gekocht hat, müssen wir Ruben nochmal eben was beibringen, weil... Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Er hat auf jeden Fall Hunger. Es ist natürlich nicht so praktisch und möchte sie jetzt irgendwie mitspielen oder was ist ihre Intention? Man weiß es nicht. Ähm, Mint, du bist schon am Essen. Das ist schön, aber eigentlich... Okay, Ruben holt sich auch was zu essen. Was macht sie denn jetzt mit dem Spielzeug? Spielt sie gerade damit? Ich verstehe es gerade nicht, aber okay. Mint, lass Ruben doch einfach sich mal eben kurz was zu essen holen. Das wäre super. Wir können gar nicht damit spielen. Wieso konnte sie jetzt damit spielen? Das ist ja richtig komisch. Was hat Mint jetzt hier wieder... Achso, in Gedanken verloren. Ja, wenn du gerade eh nichts zu tun hast, dann leg das eben weg. Und dann könntest du noch ein bisschen experimentieren, weil wir müssen noch ein bisschen hier weiterkommen mit unserer Tafel. Also, da ist ja noch gar nicht viel los. Das wollen wir natürlich auch noch ändern. Und oh mein Gott, dieses Badezimmer. Es ist so, so schön. Jetzt guckt die mit dem hier einen Horrorfilm. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Ey, was guckt sie denn hier einen Horrorfilm mit unserem Sohn? Mit unserem Sohn? Äh, Entschuldigung. Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. Nee, geh mal... Nee, hör mal kurz auf hier, bitte. Danke. Ach nee, ich hab das Falsche gedrückt. Sie muss Analyse üben, oder? Ich weiß es gerade nicht. Was ist nochmal das Richtige? Gute Frage. Dein Sohn kann selbstständig kurz nach oben gehen. Das kriegt er hin. Okay, er ist oben. Dann kann Mint ihn einmal ganz kurz baden. Und das Wochenende werden wir uns komplett nur für Ruben nehmen, unter anderem. Weil wir mit ihm unbedingt noch sowas Verantwortung angeht. Bitte und Danke sagen. Das ist etwas, was für Mint sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal für sie so ein Punkt. Und bevor er zum Kind wird, möchte sie das auf jeden Fall ihm auch noch beibringen. Weil sie genau weiß, weil vielleicht ihre Eltern ihm das auch nicht so beigebracht haben. Ich meine, Mint ist ja trotzdem gut erzogen. Aber ob das jetzt wirklich wegen den Eltern ist, oder einfach weil sie sehr selbstständig war, das wissen wir nicht genau. Weil wir eben auch nicht so lange schon bei Mint dabei sind. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Wochenende. Weil wir haben jetzt auch wieder, ja, sehr viel gearbeitet. Und das haben wir auch mal wieder dringend nötig hier im Wochenende. Für Sachen, die wir sonst nicht geschafft haben. Für Sachen, die wir mal machen wollen. Deswegen ist es auch das Richtige, wenn, ähm, ja, Mint Ruben sofort ins Bett bringt. Weil es wirklich schon ziemlich spät ist. Er ist ziemlich müde. Nörgel, nörgel. Ich check es gerade gar nicht. Äh, okay. Also ich glaube, dass ich daran, dass irgendein neues Update hier herangebrochen ist. Und deswegen ein paar Sachen hier ein bisschen falsch laufen. Aber ich glaube, das ist jetzt für einmal in Ordnung. Wir wissen ja trotzdem, ne, unseren Teil dabei. Wir können jetzt da trotzdem so interpretieren, wie es realistisch wäre. Was mich schon die ganze Zeit gestört ist, ist, dass das halb auf dem Fenster ist und halb nicht. Das hat mich einfach die ganze Zeit so gestört. So, Ruben ist eingeschlafen und auch Mint kann sich jetzt zu Bett begeben. Ähm, die komische Frau, die irgendwie sich verhalten hat wie ein Kleinkind. Also jetzt nicht übertrieben, sondern sie hat sich wirklich verhalten wie ein Kleinkind. Hat hier ein Spielzeug geholt und was auch immer. Äh, ist jetzt auch weg. Das ist natürlich wahrscheinlich das Beste für uns alle. Beide sind nun am Schlafen und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir entscheiden, was wir mit unserem Wochenende anfangen werden. Ach, Rauferei in der Nachbarschaft ist heute. Okay, das ändert natürlich all unsere Pläne, die wir, ja, eigentlich gerade wollten. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass wir jetzt die Rauferei in der Nachbarschaft heute haben. Aber wem wollten wir schon immer eine Lektion erteilen in unserer Nachbarschaft? Wer hat sich immer, ähm, ja, okay, sie ist eigentlich immer nett gewesen. Die Mutter mögen wir eigentlich auch ganz, ganz, ist glaube ich, Nancy Landgrab oder so. Ach so, fade Umgebung. Stimmt, Mint ist ja materialistisch. Äh, sie sind ein wenig angespannt, wenn sie nichts bewundern können, was sie kürzlich erworben haben. Aber wir haben doch so ein paar Sachen erworben, oder nicht? Hä, das ist gerade mega komisch, weil ich war gerade extra in dem Weltenverwaltenmodus, weil ich halt hier ein paar Leute einziehen lassen wollte. Und jetzt steht ja auch Haushalt aus der Galerie einziehen lassen, aber gerade standen da Menschen, äh, Sims, die da wohnen. Das ist ja gerade mega komisch. So, ich habe jetzt ein paar Haushalte hier in der Nähe einziehen lassen, weil das Problem war ja, wir haben nicht so wirklich Sims gehabt, die hier gewohnt haben, ne? Wow, total logische Erklärung. So, und jetzt sind wir endlich mal dahin gekommen. Hier sind neue Leute eingezogen, neuer Wind in die Stadt gefecht. Und was ist das nicht für ein perfekter Augenblick, am Festtag Rauffahrer in der Nachbarschaft die Nachbarschaft kennenzulernen? Wir können also damit begründen, dass wir sehr viel Stress hatten, als wir hier eingezogen sind. Und Mint hatte auch mit Ruben sehr viel Stress. Und jetzt lernen wir mal hier die ganzen Leute kennen. Hier haben wir die Familie Lovs, Lov, Lovsen, Losen, Läuse, Lovsen. Lustig vorstellen, Mint ist immer lustig dabei. Okay, Mint hat irgendwie immer irgendwelche Probleme, aber ist ja auch egal. Das sind nämlich nur Probleme, die, glaube ich, wieder von dem komischen Dings kommen. Eigentlich wollen wir ja mit jemandem kämpfen, aber wir wollen ja eigentlich uns jetzt hier nicht wieder neue Feinde machen. Also eigentlich, ich weiß ja nicht. Wir klopfen einmal an die Tür und gucken mal. Ich bin nur ein bisschen niedergeschlagen mit Danke, dass du ihn nach mir siehst. Ja, wir sehen, dass sie traurig ist, wir wissen leider nicht warum. Ruben macht, was er möchte, ne? Daran stören wir uns jetzt gerade nicht. Ist ein sehr schickes Haus, muss ich zugeben. Also es sieht hier echt ganz schnuckelig aus. Die beiden sind wohl nur zu zweit hier. Haben wir wohl noch ein Gästezimmer oder was auch immer. Mint setzt sich direkt hier zu. Wir könnten ja auch hier, alles klar, uns mal hier freundlich vorstellen. Mal sehen, was hier so abgeht bei den beiden, ne? Also sie sind ganz nett. Dann fragen wir die beiden erstmal. Oh ja, schön, euch kennenzulernen. Ich wohne direkt gegenüber mit meinem Sohn. Er ist noch ein Kleinkind und deswegen ist bei uns immer Action. Wie kommt ihr denn hier in die Stadt? Und dann können wir ja sagen, äh ne, dann sagen sie, ja, wir sind jetzt frisch verheiratet und wollten einen gemeinsamen Haushalt eröffnen. Wollten zusammenziehen und da haben wir dieses Haus gesehen, was wir unbedingt haben wollten, weil es einfach so schön war. Und deswegen haben wir uns dann hierzu beworben und wir wurden tatsächlich auch genommen. Und wir sind da sehr froh drum und hoffen natürlich, dass hier alles gut läuft. Einmal wollen wir uns prügeln, weil dann haben wir mal die Rauferei in der Nachbarschaft erfüllt. Und wenn nicht Mint, wer dann? Sie hat sich ja auch schon mit Bako geprügelt und da hat sie ja auch gewonnen. Deswegen hoffe ich mal, geht das jetzt hier? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich denn jetzt hier für ein Bild eingefangen? Perfektes Bild eingefangen. Ähm, ich hoffe, das ist sie jetzt alles ganz gut und oh mein Gott ist das laut. Beruhigt euch. Ja, Mint hat gewonnen. Hat sie gewonnen. Sie hat gewonnen, oder? Ja. Wegen eines unversehrt überstandenen heftigen Handgemenges von sich Selbstsicherheit gestärkt. Hä? Was? Sie haben sich danach umarmt? Oh mein Gott. Ne, nicht streiten. Das wollte ich nicht. Hä? Ich dachte jetzt, dass die voll Stress haben. Mint's Erinnerungen. Wein über das Miterleben des Todes. Sich über den Kampf beschweren. Lüge über gewonnenen Kampf. Prahle mit dem ersten Kursgespräch über die letzte Dusche. Oh mein Gott. Das ist ja auch alles neu. Das ist ja richtig krass. Oh mein Gott. Ich wusste eigentlich, dass so viele neue Sachen hier sind. Gut. In letzter Zeit geht bereits der Anblick von Jenny Mint auf die Nerven. Wie kann Jenny es nur wagen, einfach aufzutauchen? Ja, die beiden sind wohl doch nicht so happy miteinander. Aber es hätte mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, wenn es so gewesen wäre. Ja, okay. Den Haushalt haben wir jetzt auf jeden Fall auch mal kennengelernt. Wir wissen jetzt auch, wieso sie hier sind. Mit der Jenny haben wir, glaube ich, uns ist ein bisschen jetzt verscherzt. Aber wir wollten halt mal so ein bisschen den Feiertag zelebrieren. Das haben wir jetzt auch gemacht. Deswegen kommen wir auch direkt zum nächsten Haushalt. Wir prügeln uns natürlich jetzt nicht mit jedem. Aber wenigstens einmal prügeln muss schon drin gewesen sein. Mint hat auch gewonnen. Ich glaube, das ist für sie nochmal so ein Push. Aber, ja, du wirst Ruben dort treffen. Alles klar. So, jetzt sind wir auch hier. Mint ist auf jeden Fall sehr aufgeregt. Und hier haben wir die Familie Strand. Da haben wir einmal Amda, Peter und bis jetzt noch niemanden. Da stellen wir uns natürlich auch erstmal freundlich vor und fragen natürlich, was die beiden denn für Personen sind. Und dann sagen wir erstmal, ja, ich bin Mint und das ist mein Sohn Ruben. Und erzählen einfach genau die gleiche Geschichte, wie wir auch den letzten schon erzählt haben. Weil es ist ja immerhin noch das Gleiche, ne? Und dann fragen wir erstmal, was treibt euch denn hier in Oasis Springs hin? Und dann sagen die beiden, ja, wir sind hier hingezogen mit unseren beiden Kindern. Wir haben eigentlich auch schon in Windenburg gewohnt. Wir kommen gerade von einer anderen Stadt und sind jetzt hier hingezogen, weil in der letzten Stadt leider unser Haus abgebrannt ist. Und da brauchen wir leider ein neues Heim. Das ist auch wunderschön, aber wir müssen uns erstmal hier ein bisschen dran gewöhnen, weil wir schon, ja, sehr zufrieden waren mit unserem Haus. Und das war sehr schockierend. Aber jetzt haben wir auch das neue Heim gefunden. Du kannst gerne reinkommen und es dir mal anschauen. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, hier zu sein. Und wir freuen uns natürlich auch, dass du uns begrüßt hast. Ja, das ist sehr cool. Wir gehen mal kurz rein und schauen es uns hier an. Was hat Ruben denn für Probleme? Ruben, geh du mal nach Hause, ja? Danke, tschü. Oh, wow, das ist ja auch so ein schönes Haus. Ich glaube, bei Oasis Springs ist das so normal, dass die Häuser so ehemerdig sind, weil ich habe noch gar kein Haus gesehen, wo es einen ersten Stock oder so gibt. Und unser Haus ragt einfach voll aus der Norm raus. Ich glaube, irgendwann, wenn Ruben auch ausgezogen ist, bauen wir das auch ebenerdig, weil wir dann ja, ja, kein Kinderzimmer mehr brauchen. Und da freue ich mich auch drauf, wenn wir dann so ein ebenerdiges Haus bauen. Das ist, glaube ich, auch cool, weil dann brauchen wir ja auch nicht mehr so viel Platz, weil ich finde das auch so toll hier aufgeteilt. Ich meine, guckt euch das mal an, so zwei Badezimmer, drei Badezimmer. Also es ist wahrscheinlich auch üblich, dass die einzelnen Schlafzimmer ein eigenes Bad haben, was ja auch mega cool ist. Ja, wir können die Kinder natürlich auch uns noch einmal lustig vorstellen, was vielleicht auch, wenn Ruben dann älter wird, auch cool ist, wenn er auch dann so ein paar Kinder kennenlernt aus der Nachbarschaft. Dann hat er nicht einen langen Weg, um mal mit denen zu spielen oder was auch immer. Wir unterhalten uns auf jeden Fall mit ihrer Tochter. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nur ein Kind haben oder zwei. Anscheinend... Ach ja, guck mal. Hier ist noch der andere Sohn. Da können wir auch noch mal kurz Hallo sagen. Wie gesagt, ich stelle mich hier jetzt nur mal vor. Oh, die Mutter ruft an. Wir wissen nicht, wieso. Aber wir, ähm, ja, halten ja Abstand, weil wir nicht in die Situation kommen wollen, dass wir ihr irgendwas sagen, uns erklären müssen, ob sie irgendwas geahnt hat und wir nachher auch als Zügner dargestellt werden. Damit wollen wir uns jetzt heute erstmal nicht beschäftigen. Tschüss. Ja, wie gesagt, wir stellen uns bei den Kindern vor. Auch ganz nette Familie. Ähm, aber Mint hat schon direkt sich ein Bild natürlich von beiden Familien gemacht, die wir gerade kennengelernt haben. Die ersten beiden waren ein bisschen hochnäsiger und die sind so ein bisschen, ähm, bodenständiger. Das ist jetzt nur Minz' Empfinden von den beiden. Ähm, weil die sich ja jetzt auch mal... Genau. Ja, Mint hat auf jeden Fall Spaß, weil sie liebt es ja auch, neue Leute kennenzulernen. Und da freut sie sich auf jeden Fall auch hier noch ein bisschen zu quatschen. Ähm, das finde ich auch ganz cool gemacht, dass es hier so ein richtiger Platz ist. Okay, bevor ich hier noch mehr von dem Haus schwärme, gehen wir direkt weiter auf unserer Tour und besuchen dieses Haus. Mal sehen, wer da so wohnt. So, Haus Kleingeist. Ich bin sehr gespannt, wer uns jetzt die Tür öffnet. Hä? Wohnt er nicht da? Ist er uns jetzt gefolgt? Ich blick da gerade nicht so durch. Ähm, naja, kann auch sein, dass er hier wohnt. Auf jeden Fall haben wir hier die Familie. Hier Johnson. Achso, nee, nee, nee. Er wohnt hier. Er sieht einfach nur fast genauso aus wie gerade. Aber ist ja auch egal. Erstmal sitzt hier eine schwangere Dame. Dann fragen wir sie natürlich erstmal, wer bist du? Und es ist ja auch komisch, man setzt sich direkt dazu auf dem Sofa, ohne überhaupt zu fragen, wer sie sind. Achso, sie haben es jetzt gemerkt und wollen jetzt erstmal wieder ein bisschen normal sich verhalten. Ja, auf jeden Fall sind wir da rausgegangen, um sich kennenzulernen. Das ist die, ähm, Paisley. Boah, die haben auf jeden Fall sehr ausgefallenen Namen alle, was ich mega cool finde. Wir stellen uns auch erstmal hier wieder vor und fragen, was macht ihr hier? Was wollt ihr in Oasis Springs? Und dann erzählt Paisley so, ja, wir sind gerade hingezogen, weil du siehst, ich bin schwanger und es ist schon unser drittes Kind. Und wir wollen halt uns ein bisschen häuslich vergrößern, weil es leider platztechnisch nicht mehr so gepasst hat. Und, ähm, ja, wir hatten leider wirklich Platznot. Deswegen, ähm, sind wir jetzt hier hingezogen und wollen, ja, uns wie gesagt ein bisschen vergrößern. Und wie du siehst, ist hier genug Platz für alle, auch Oasis Springs. Wir haben direkt ein Haus gefunden neben einem kleinen Spielplatz. Das ist auf jeden Fall so toll. Und Mint hat sich auch wieder ein bisschen beruhigt, weil sie hatte irgendwie ein bisschen zu wenig Wasser getrunken. Ich frage es gar nicht, was das ist. Also auch ein Puppenhaus, krass. Das ist aber auch eine wirklich süße Familie, weil sie hier jetzt alle zusammen mit den Puppen spielen. Und die Tochter, die hört hier Rock, glaube ich. Ich kenne mich nicht so aus. Und genießt ihr Leben. Ja, macht das auf jeden Fall. Ähm, wir gucken hier noch ein bisschen zu, wie die Puppen spielen. Also Mint ist auf jeden Fall direkt total vertraut mit allen, die sie kennenlernt. Also sie setzt sich hier direkt dazu und keine Ahnung was. Ähm, nee, nicht transformieren. Dann denken die ja keine Ahnung was, wenn wir hier sowas machen, ne? Oh, Mint muss aber sowas von auf Toilette. Es tut mir ja so leid. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Bitte, Mint, nicht vor den neuen Nachbarn in die Hose machen. Das ist gerade wirklich sehr ungünstig. Bitte versuche es, ja? Ich glaube, es war ziemlich, ziemlich, ziemlich knapp. Ich glaube, ich hoffe, wir dürfen hier auf Toilette. Und, oh, okay. Das war ein bisschen unangenehm. Ja, auch für Mint sehr unangenehm. Aber macht hier nichts draus. Ähm, das vergessen die bestimmt auch nochmal. Jetzt haben wir die ja auch alle kennengelernt. Wir können nochmal zu der lieben Millie gehen. Und uns da auch nochmal ein bisschen vorstellen. Und dann gehen wir aber auch wieder zu Ruben. Denn wir wollen ja auch ihm noch ein bisschen was beibringen. Ich lasse Mint nochmal eben kurz Zeit. Weil ich habe das Gefühl, dass sie gerade sehr viel Spaß hat. Auch wenn sie das jetzt sehr unangenehm fand. Na, mit der Toiletten-Geschichte. Aber ich glaube, sie hat sehr viel Spaß, mal wieder neue Leute kennenzulernen. Weil das ist mir ja auch beim letzten Part wieder aufgefallen, dass wir lange keine neuen Leute mehr kennengelernt haben. Und das ist, glaube ich, sehr cool, wenn wir noch ein bisschen hier die Nachbarschaft und die Stadt kennenlernen. Und, ähm, apropos Stadt. Wie weit können wir denn hier schauen? Okay, also hier sind auch noch Häuser. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit weg. Und ihr seht auch, wie krass voll die Straßen sind. Wie heftig ist das denn bitte? Hier überall sind Menschen. Das ist eigentlich ganz gut. Weil wir wollen ja mit jemandem uns noch prügeln. Weil eine Person reicht nicht. Ihr seht, das ist hier wieder nicht ein Häkchen. Also, wir wollen noch einen Kampf an. Wir wollen jetzt hier mit Kämpfen sehen. So, wir suchen uns jetzt hier mal den Daniel Merchants. Hä, sah der nicht mal voll anders aus? Okay, ich hatte gerade bei dem Namen jemand anderen im Kopf. Aber wir prügeln uns auch mal mit dem, weil wir wollen jetzt hier nicht noch welche von unseren neuen Nachbarn verprügeln. Wir wollen ja auch ein paar gute Kontakte haben. So ist es ja jetzt nicht. Ich kämpfe jetzt einfach mal mit dem hier, weil er sieht auch so aus, hätte er Bock. Macht es auch direkt auf der Straße. Aber so wie... Oh, Mint. Bist du stärker als er? Bist du stärker als er? Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh, Mint, du bist so eine Maschine. So eine Maschine. Nein. Und dann kommt ernsthaft, wegen gefühls, der vertraut hat jemand in der Nähe. Das kann ja nicht mehr wirklich ernst sein. Okay, wir wollen den nächsten Kampf sehen. Wir machen jetzt hier nochmal eben... Oh mein Gott, Chloe ist hier. Chloe. Chloe, was ist denn... Wo ist denn dein Oberteil hin? Okay, wir müssen jetzt sofort zu Chloe gehen und fragen, was ist denn mit dir los? Warum läufst du hier über ohne Oberteil rum? Ja, ich weiß, dass irgendwie Oberteil sich weggebackt hat oder so, aber Chloe, du kannst hier doch nicht ohne Oberteil rumlaufen. Wie geht es deinen Kindern überhaupt? Wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen. Oh mein Gott. Diese Familie ist ja so krass. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Die haben mir gerade alle zusammen getanzt. Oh mein Gott, das ist ja so heftig. Chloe, beachtet sie uns nicht? Chloe, wir rufen dich gerade herbei. Was ist denn mit dir? Oh mein Gott. Ignoriert sie uns gerade? Ignoriert sie uns gerade? Jetzt müssen wir noch hinterherrennen. Sie ist irgendwie weggegangen. Wir wissen nicht, wieso. Wir schauen jetzt mal, wie sie mit uns spricht. Ob irgendwas ist. Ob sie sauer ist, dass wir uns so lange nicht mehr gemeldet haben. Also ist es echt krass, wie viel Chloe und Mint an Beziehung verloren haben. Also es ist schon ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Tiefe Bindung. Man merkt auch direkt, wie krass sie sich eigentlich verstanden haben und wie lang sie sich nicht mehr unterhalten haben. Wie wertvoll Mint schätzt enge Beziehungen. Das passt auf jeden Fall alles. Wir haben uns eigentlich schon genug geprügelt. Ich weiß nicht, wie oft wir uns eigentlich noch prügeln sollen, weil irgendwann reicht es ja auch. Geld brauchen wir immer. Deswegen nehmen wir mal eben kurz hier die Sachen mit. Wie viele Sachen sind hier denn bitte? Ja, wir werden Chloe auf jeden Fall auch noch mal einladen oder uns noch mal mit ihr unterhalten, weil es ist lange her, wie wir festgestellt haben. Und wir wollen ja jetzt auch nicht den Kontakt so komplett mit ihr verlieren, weil sie uns halt, wie gesagt, wirklich wichtig ist. Und das wollen wir natürlich nicht irgendwie auf die Probe stellen oder was auch immer. Das ist natürlich nicht Teil des Plans. Nee, ich habe es in der Entfernung mir schon gedacht. Guck mal, wer hier ist. Mr. Beck. Nur zum Zelebrieren. Hier ist er. Und hier ist unser Haus. Wie gesagt, ich nehme nochmal eben kurz hier die Grabsachen mit. Dabei beobachte ich ein bisschen Mr. Beck, was der hier so anstellt. Und dann geht es auch sofort nach Hause, denn wir haben ja noch Pläne mit... Ich wollte jetzt schon Nathan sagen. Mit Ruben haben wir noch Pläne. Mit beeil dich mal kurz und dann sehen wir uns gleich bei Ruben wieder. Good Morning. Spaß. Good Morning ist es auf keinsten. Wir schauen mal kurz. Och, jetzt haben wir auch hier so eine Schatzkarte bekommen. Wir haben Rosenquarz bekommen. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Das ist ja so heftig. Wir öffnen eine und wenn die ein Reinfall ist, was ich denke, dann verkaufen wir den Rest einfach so. Einen Gong. Wow. Wow. Okay, wir verkaufen die jetzt so. Können wir die nicht verkaufen? Seit wann kann man die nicht verkaufen? Wir sollten vielleicht mal unsere Deko abnehmen. Ich glaube, das wäre das Allerbeste, weil der Feiertag ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage hin. Nee, gestern war der Feiertag, genau. Meine Stimme verabschiedet sich auch schon. Das sind wir ja nicht anders gewohnt. Ähm, Mint, du mit deinem Schokokuchen. Wir haben noch extra Wassermelonsalat gemacht. Was ist denn hier los? Sie isst mal kurz was. Ja, du kannst dich auch natürlich hier hinsetzen. Gar kein Problem. Wir haben zwar einen Esstisch, aber gönn dir. Setz dich unter die Treppe. Gar kein Problem. Jetzt nehmen wir uns aber Zeit für Ruben. Es ist leider schon ein bisschen später, aber wir hatten leider so ein paar Plänchen und es war auf einmal halt so Rauferei in der Nachbarschaft. Wir haben neue Nachbarn und alles Mögliche. Wir haben auf einmal Chloe getroffen, die mit, äh, ja, nur einem BH durch die Stadt gelaufen ist, was auch immer da abgeht. Es war für uns einfach nochmal ein Zeichen, dass wir, ja, uns nochmal mit ihr treffen sollten und mit ihren Kindern, weil ich denke, die Kinder sind jetzt schon Teenager. Okay, wir nehmen uns morgen den ganzen Tag für Ruben, aber wir müssen jetzt unbedingt zu Chloe. Mir ist gerade aufgefallen, es könnte sein, dass die Kinder schon Teenager sind. Oh mein Gott, die Kinder sind schon Teenager. Ach du meine Güte. Wie lange haben wir Chloe denn bitte nicht mehr getroffen? Wir hatten einfach so viel zu tun. Wir hatten einfach so keine Zeit und dann ist es leider einfach so alles passiert. Wir müssen jetzt unbedingt die Kinder kennenlernen. Oh mein Gott, sie ist ja, oh mein Gott. Die sind so groß geworden. Sie sind so groß geworden. Und jedes Kind hat einen Komplett. Komplett unterschiedlichen Style. Guck dir das an. Er ist so cool, sportlich. Sie ist so süß. Und sie ist so richtig schicky. Also die Einrichtung passt nicht ganz dazu, aber wir lassen es einfach mal. Wow, es ist so krass. Also Mint wird jetzt zuallererst sagen, wie groß seid ihr bitte geworden? Ich war, als eure Mutter euch aufgezogen hat. Ich war so oft bei euch. Ich habe euch aufwachsen sehen. Jetzt seid ihr einfach Teenager und seid bald fertig mit der Schule. Und wow, verzückt, weil umarmt wurde. Oh ja, Umarmungen, ja, knudeln mich. Neue Freunde, weil ein Charmeur ist. Charmeure lieben es, neue Sims kennenzulernen und Freundschaften zu schießen. Das macht sie glücklich. Und auch Ruben hat voll viel Spaß. Guckt euch das mal an. Wow, also Mint ist gerade so gerührt. Guckt euch an. Sie waren kleine Babys, sie waren Kleinkinder, sie waren Kinder und jetzt sind sie Teenager. Die verstehen sich natürlich auch direkt mit Ruben wunderbar und Mint ist einfach gerade so emotional berührt, weil ihr gerade einfach bewusst wird, wie lange wir sie nicht mehr gesehen haben. und besonders auch Chloe. Ich weiß gar nicht, wann sie Seniorin wird. Das ist einfach so krass. Und dann wird Mint natürlich nochmal Chloe sagen, Chloe, du hast einfach so einen tollen Job gemacht. Guck dir deine Kinder an. Sie sind jetzt einfach schon fast erwachsen und trotz aller Wüden und trotz allem hast du das einfach so gut gemeißelt. Also du bist echt ein Vorbild für mich, wie du deine Kinder einfach so, weiß ich nicht, hier so viel Herzblut und keine Ahnung, reingesteckt hast und du hast dich von nichts aufhalten lassen. Mint ist gerade einfach nur schockiert. Also Chloe sollte sich jetzt mal langsam Obertcher anziehen, aber die beiden witzeln noch rum wie am ersten Tag. Also bitte lasst euch jetzt nicht davon stören, dass sie kein Obertcher anhat. Aber sie witzeln rum wie am ersten Tag und witziges Geschenk. Es ist einfach so wie eine zweite Familie hier. Und auch für Ruben, er beginnt schon eine Freundschaft mit dem Teddy hier und ist auch einfach so happy hier zusammen, weil hier auch so witzige Sachen zu entdecken sind. Und es ist einfach gerade crazy. Es ist crazy, aber ich glaube an dieser Stelle, wenn wir hier die Liebe Gina betrachten, würde ich glaube ich den Part beenden, weil es ist so schön, mit diesem Augenblick zu enden, weil wir ja genau wissen, wie oft Chloe die Hilfe von Mint brauchte und welche Strapazen sie hatte und alles Mögliche. Und sie jetzt so fast erwachsen zu sehen, ist so krass. Also die Zeit verfliegt einfach. Und ihr müsst euch ja vorstellen, die Zeit, in der Chloe ihre Kinder bekommen hat, da konnte Mint noch gar nichts mit Kindern anfangen. Jetzt hat sie einfach Ruben und ist sehr glücklich darüber. Und es ändert sich einfach sehr viel. Und das ist für uns ein Zeichen, wir sollten leben und nicht warten. Poetische Worte am Ende und ich beende den Part. Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von unserer Nachbarschaft haltet. Also ich finde alle sehr sympathisch und es ist, ja, nicht schlecht. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet, Chloe und Mint eventuell in Zukunft zusammenziehen zu lassen. Also dann würde natürlich Becca, habe ich gerade Becca oder? Ich habe, glaube, nee, ich meinte Becca. Wenn die bei uns einziehen würde, weil, keine Ahnung, wir haben uns so viel Mühe und Schweiß, Blut, Geld in dieses Haus gesteckt und das aufzugeben, wäre natürlich... Aber Becca kann natürlich gerne bei uns einziehen, weil sie hat jetzt auch nicht so ein Mega-Heim. Aber gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Part gefallen hat. Schaut gerne bei Naka und unseren anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Muah! Bis zum nächsten Mal.